Ach, hier habe ich jetzt was bekommen. Okay, dann. Ich bin bereit. Das war's für dich. Was für eine Schönheit. Oh, das Wasser sieht ja geil aus. Meine lieben Freunde, das wird mit den 7 Wellen und 6 mehr hier, aber ihr habt ja schon eine gute Showgeburt bekommen. Wenn ich auch endlich wieder hochladen kann hier auf YouTube, das geht momentan nicht, weil man abloten ist total scheiße. Da muss ich nicht wahrnehmen, das ist ein guter Start, aber es sind noch viele Sets übrig. Geil. Falls ihr euch gewonnen habt, brauchen wir jetzt ein paar Videos, wenn wir ein paar Tage nicht hochgeladen haben, das klingt nicht gut. Das war's für dich. Ich habe hier die Mappe aber auch noch nicht. Zeit zu spielen. Und noch einer. Lenk da. Eine Attack. Weiter so. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händlerkapsel wieder öffnen. Das war's für dich. Es geht um einfach nicht. Das war's für dich. Vielleicht schlagen wir uns so gut, dass die Säte sich neu formieren. Dann nur noch eine. Wir sind ein super Team, oder? Sie werden jeden Augenblick da sein. Sehen wir ein Schild. Ach, an den Rottstuhl fahren. Vielleicht leben wir da. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kanzel für mehr Ausrüstung. Meine glänzte Sorge, dass ich hier ausrutschen tue. Gute Arbeit. Du hast die meisten Säte erledigt. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Nicht schlecht. Ich flicke dich wieder zusammen. Danke. So gut wie neu. Ja. Boah. Wer ist mal die? Oh. Ach, den kann ich mir nicht gelassen. Ich brauche Geld, Alter. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Wo? Wer hat etwas Geld übrig? Was muss eine Frau für Geld tun, ja. Was muss eine Frau denn hier für Geld tun? Na, tanzen. Wir sind so verdammt reich. Ha, tanzen. An der Stange, Alter. Ich schlägste die Kapsel gleich. Das war's für dich. Heißt, ich konnte mir noch nicht mal die Doppelläufe geholen, ey. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Oh, was würde ich nicht für Sonnenlicht geben? Los geht's, Zeds. Nicht auf euch zu schießen macht mich nervös. Ah, ist fest. Ihr habt ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige für dich. alltag focus auf einem Schiffverlangen, Oh, eine Stiefel. Dein Gesicht. Das ist so wichtig. Ich schneide mich ins Stücke selber. Laufendes Watscheln. charlie das wird ein langes Let's Play ich habe keinen Bock mehr wieder auszumachen und dann wieder anzumachen und zwei Folgen rauszumachen, mache ich lieber eine große Folge das sieht geil aus wie das Wasser hier runter läuft naja also nach Wasser sieht das nicht unbedingt aus ne nach Suppe, wie so ne Suppe ne nur noch warm machen, kann man direkt schlürgen naja gut letzte Chance Leute, Feinde geortet da schwimmt ja alles drinnen rum ja kannst du in ne Mikrowelle reinstellen sicher nicht da lag nur Wasser gut kann ich die direkt wieder verkaufen jetzt kann ich wieder ordentlich bonjour hol dir das Handwerkszeug für deinen Job Beeilung, die Sets kommen näher ja Themenprüfung wie geht es allen ich bin wohl auf wie geht es gut mehr Sets geortet zurück in den Kampf Mesami vielleicht sollten wir die Sets durchsuchen um zu sehen ob sie etwas Geld haben hm? mir gefällt die Dunkelheit hier unten boah wunderbar wunderbar Achtung hier Dich schneide ich auf und noch einer Dich schneide ich in Stücke, Zett da jawoll und die Schmerzen wieder geknallen jawoll und die Schmerzen wieder geknallt ja jawoll meine verdammten Ohr Kannst du eine Granada haben? Jawohl. Das ist gut, ey. Jawohl. Das dauert der Level-Aufstieg, ne? Ja. Das dauert ganz schön, dass du mit 25 alle Charaktere bringen, da hast du was zu tun, Alter. So, jetzt will ich aber erst mal... Einen Revolver will ich eigentlich nicht haben. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Jetzt kann ich wieder ordentlich abhocken. Aber es tut noch weh. Das Kartana. Jawohl. Jawohl. Da kann ich meine Rüstung nicht mehr aufpushen. Oh, Kohle, Alter. Kleiner Kohle. Oh. Oh, wieder nix. Selbst geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Wer will etwas parken? Ja. Moneten für Menschen? Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Ich brauche etwas Geld. Kann jemand helfen? Wir sind schon so verdammt. Die Zeit ist fast um. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Also die Folge ist schon 1,5 Stunden, Alter. Wird jetzt mit meinem Upload bestimmt 5 Stunden dauern. Noch länger. Die Sirene, Alter. Was denn? Ich hab die Sirene, Alter. Ich hab die Sirene, Alter. weggekloppt. Die wollte ich rein. Ich hab sie einfach ein und drüber gezogen. Da hat sie die Brüche gehalten. Ich glaub sie gehalten. Oh nein. Meine Spritze war noch nicht voll. Scheiße. Der eine Typ, der hier die ganze Zeit heilt hat. Ja. Nicht heilen. Müsste bestimmt nachladen. Dann ist der Smoker. Apropos Smoker. Ja. Hey. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da voll raus. Da kann man nichts mehr sehen. Oh, 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 oh. Was war das denn? Ich hab doch gestorben. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh, ich hab nur noch 20 Lebensenergie. Die brauchen eine neue Spritze. Oh. Oh. Ist das auf Level 4? So. So hart bist du gar nicht. Sorgen wir dafür, dass du in einem Stück bleibst. So. Perfekt. Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Sirenen können zwar einen tödlichen Schreib ausstoßen. Aber sie sind nicht schnell. Und können leichter renoviert werden. So. Mal sehen, ob jemand ein bisschen Geld für mich hat. Weil der eine hat meine Rüstung ja aufgesammelt da. Ich flicke dich wieder zusammen. Ist das besser? Schön, dass du wieder zurück bist. Ich blute nicht alles voll. Ich kann sie abgeben. Braucht jemand Kohle? Wo bist du denn? Hier. Was haben? Braucht jemand Geld? Hat jemand Geld? Rauchen tue ich es nicht. Aber du hast das Geld verdient. Jetzt lebe es aus. Scheiße. Mir fehlen noch. Ah. Ich habe schon eine Menge. Aber danke. Ein königlicher Wasserfall meine Freundin. Na den. Boah. Den kannst du dir jetzt schon kaufen? Ja. Die haben mir jetzt Geld zugeschoben. Weil mir haben jetzt noch neun gefehlt. Und dann. Ja. Ich muss nachladen. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Alter guck dich mal die Säulen an. Vorsicht. Hier drinnen ist es dunkel. Hallo. Moin. Geil ne. Die toten Krypte. Ich hab mal jetzt mal. Wer ist jetzt das für die Brüste? Vegas? Das Luki-Fisch. In der Nähe. Äh. Das ist ja total. Das habe ich schon. Ich hab schon. Das war schon. Aber mit. Ich hab' schon. Ganz normal. Wo ist der denn hin geflogen? Die Treppe runter? Bin von 21.00 €. Aber jetzt müsste man ihn. Jetzt müsste es wieder normal kriegen. Das klingt anders. Ja klar auf jeden Fall. Ach das. Ich hab' schon. Ich hab' schon gekauft. Ja, ich hab noch ein neues Volt. Ja. Oh, ich hab wieder in den Krabbeln. Ja, meinst du auf Krabbeln? Ich schalte an den Funkdingern nichts. Ständig Batterie rein. Naja. Normalerweise hätte ich aber immer noch nicht gerecht. Äh, äh, Mediafakt Münster hat das bei Ebay rein gesetzt. Von meinen Kannsteller. Ja. Ja. Und da hat mich noch nicht bestellt. Ja, also ich brauche. Wenn ich nicht beziehe. Wenn wir alles neu sehen. MNX, äh, MNX, äh, äh, 200, das kostet 300€. Die beste Headset auf dem Markt. Die langen Qualität ist überragend. Ich hab's auch. Ich hab's einer von 200, das ist das Beste. Ich hab's auch eine Garantie. Ja, das ist das Beste. Ja, das ist das Beste. Ja, mein Flashbump. Ja, das ist das Beste. Ja, das ist das Beste. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das ist das Beste. Ja, das war die Aufnahme. Richtig, richtig gut. Ja, über eineinhalb Stunden. Fast zwei Stunden. Kommt her, hier. Good luck, Alter. Voll, das war's. Komm zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Gute Arbeit. Das System sagt, dass du der beste Spieler des Teams wachst. Oh, ein Bier, Alter. Hier kehrt die Munition aus. Halt noch ein wenig länger durch. Oh, von Jean. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Guck mal, siehst du das? Was? Fantastique, danke. Jetzt kann ich wieder rocken. Wie ich aufs Schildklapp? Ja. Ich brauche immer eine Kohle, Alter. Müsst mal nachladen drücken mit dem Schwert. Ich will gar nicht vorwärts sehen. Ich hab noch 500, kannst du es haben? Die Zeit ist fast um, trefft eure Wahl. Ja, dann gib mir die 500, weil ich brauch jetzt... Du hast ja alles schon. Eine kleine Spende, wenn es jemand braucht. Jawohl. Immer 1200. Kann ich mir in der nächsten Runde... Ja, verkaufte Katana. Das ist doch 400 noch. Ach ja, genau. Ja, dann hast du ihn sechs. Boah, jetzt habe ich ihn. Knüppel, jetzt gibts nochmal... So. Komm hier, Knüppel, yeah. Drück mal nachladen. Nachladen? Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Oh, geil. Wir sehen ja fast wie ein Team aus. Ja, das ist der Unterstützer. Der kann dir... Da dreht sich mir in der Magen rum. Geh. Achtung. Sirene. Achtung. 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 Ich glaube, meine Bogen habe ich gesehen. Guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Allez. Das ist die Föder. Los rein. Boah. Und... Bah, mal da. Voll auf die Witze. Da ist Schwabbel. Iiii, da guckt die Wirbelsäule aus. Iiii. Wie ist dein Headset über Klinke angeschlossen oder über USB? USB. Hat sich über Klinke angeschlossen. Meins und meins wieder über Klinke hatten die riesigen Vorteil. Ich musste erst über solche komische umständliche Software, so wie ich sie zwischenzeitlich nutzen musste. So kriege ich jetzt gleich auf alle BD-Q. Meins ist Plug and Play. Einfach reinstecken. Kannst du in jedes Gerät. Weil meine hat eine interne Soundkarte, die von Windows erkannt wird. Ja, das mag ja sein. Aber ich tue das eher nervig empfinden. Weil du dann... Weil dann jedes Programm ja denkst. Ach, welche ich nehme jetzt lieber zu Klinke oder keine Ahnung, wenn du das erst einen umstellen musst. Das war's für nicht. Nö. Das ist für nicht zu umstellen. Ja. 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 auf den popo, du warst unartig oh voll geil der bersager, der macht schon ganz schön bock ja, klappt der Ding jetzt auch macht der am meisten Spaß schön, dass du wieder zurück bist, blute nicht alles voll erstmal den Knochenvermaler hast vielleicht reden wir in Zukunft hier ja, die Waffe ist halt nur die Nagelpistole der Ausweiter kann auch schießen der ist halt sehr schwer ich habe immer jetzt hier die 9mm Pistole zwei davor natürlich und ein Knüppel aber der Ausweiter macht mir ja Schaden letzte Chance Leute, Feinde geortet ja das stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade und du kannst die Sägeblätter wieder einsammeln ja ich probiere mal den Ausweiter ach, der braucht Benzin und die Sägeblätter ja, der wird Motor betrieben diese Wissi ersetzt geortet zurück in den Kampf wir vermieten komm, wo die schlechte Welle jetzt hier und hier setze ich mein Leben aufs Spiel und bin immer noch am also wieder Ah ne, du nicht, Alter. Alter, da kannst du so durchlaufen. Durch die Gegend. Ja? Ja. Mit Rechtsklick. Killing Flow. Killing Flow. Killing Flow. Killing Flow. Killing Flow. Killing Flow. Wenn du willst. Einer. Ja, ich sag mal, bei den kleineren bis mittleren Gegnern kannst du die Kettensäge anmachen, also löchst du so durch. Das ist böse. Ja, ich glaube der Stammwärter ist auch gut. Hier kommen wieder Kleine, warte. Ja, ich kann mal hier loslaufen. Hahaha, kann ich hier auch nicht. Jetzt schon bald. Alter, das Sägeblatt. Das ist jetzt... Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber das Sägeblatt ist geflogen. Und die Schreierinnen da... Keiner, wie hieß die jetzt? Die halt immer so schreit. Da steht ein großer Kampf bevor. Du hast ruhig gesehen, das Sägeblatt fliegt. Ja. Genau, beim Hals lang. Dein Überlebensinstinkt da draußen beeindruckt mich. Hol' ich mir den jetzt auch mal. Ja, schwerer Angriff ist halt... Ding, ne? Kettensäge. Wie kann man das denn ändern? Ach so, ich hab glaube ich mit L... Ja. Wir gern. Den verkaufen wir. Ich mach mal den Ausweiler. Geldleute! Dollar! Geldleute! Werden da! Brauchen tu ich es nicht. Aber was soll? Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Benzinbrauer, Alter, ne? Wenn du rechtsklick da rumrennst. Ja. Na bei Kasse. Bonjour. Hol' dir das Handwerkszeug für deinen Job. Wie kann ich die Munition wiederkriegen? Ach, da liegt's ja? Ne. Du fliegt da überall in die Gegend hier. Hier. Jaja, jetzt steckt's hier drin. Einfach hinlaufen. Hast du Munition noch voll? Tu mal nachladen. Ja, tu mal nachladen. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Ne, macht das nicht. Hä? Ich bin wieder da. Und ich habe ein paar neue Tricks gelernt. Oder es geht in der Vorbereitung nicht. Das ist jetzt. Ja, jetzt. Ne. Steckt immer noch drin. Jetzt ist sie weg. Ah, ey. Das ist nicht ewige Hände. Ich gehe noch hin und los. Ja, jetzt. Wir müssen nachladen. Oh. 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 Last mich doch durch. Das ist eine Kretensäge, Alter. Hast du die geschnitten? Das macht Laune, Alter. Da kannst ja wohl durchlaufen für die Kretensäge, Alter. Ja. Vor allem bei den kleinen Dingen. Die Bruder, gehen die durch. Jawohl, der hat keine Möglichkeit mehr gehabt, da wegzuhören. Wo fällt der denn hin? Ziemlich tief. Boah, ich habe jetzt drei Level gemacht. Echt? Ja. Gesamtverdiente Kohle, 5.000, 5.000. Gefängnis? Ne, das hatten wir glaube ich, das ist das Gefängnis, oder? Was meinst du? Hatten wir das Gefängnis schon? Gute Frage. Außenposten hatten wir auf jeden Fall noch nicht, ne? Doch. Ja? Ja. Gefängnis. Wo ist es denn da? Ja. 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 Ja.